Guten Tag, Freunde, Freunde und willkommen zu diesem neuen Daily Vlog. Ich hoffe, wie immer es geht euch gut. Nachdem Eintracht Spandau gestern ins Halbfinale der EU Masters angezogen ist, mache ich heute einen entspannten Tag. Mal schauen, was noch so geht und ich nehme es so gut es geht mit. Also, bis gleich. So, Freunde, Freunde, ich habe mir gerade die Zeit genommen und ein bisschen was für Social Media aufgenommen. Und zwar poste ich sowohl auf Instagram als auch auf YouTube ein Video über dieses schöne Stück. Das ist das BHQ Wiener Warrior aus der AKS 74 Reihe von Böker Plus. Das ist ein sehr nices Messer und in den Videos, also im Reel oder hier auf YouTube erfahrt ihr auch, warum es für mich doppelt besonders ist, dieses Messer zu besitzen. Also schaut da gerne auch auf meinen anderen Kanälen vorbei oder checkt die anderen Videos ab. Das würde mich sehr freuen und unterstützen. Und in diesem Sinne melde ich mich gleich wieder bei euch. Also, bis gleich. Ja, Freunde, Freunde, ihr seht, ich bin's wieder viel aus dem Schnitt. Und irgendwie habe ich manchmal so ganz komische Aussetzer beim Vloggen. Ich filme und filme, dann mache ich irgendwas anderes für Social Media nebenbei. Vergesse dann aber wieder den Vlog zu filmen und dann fehlt irgendwie gefühlte Hälfte. Na, tut mir leid, aber ändern kann ich's auch nicht. Auf jeden Fall habe ich an dem Tag, von dem das Video jetzt ist, zwei Videos aufgenommen für mein Messer-Content, der ja entweder auf Instagram oder auf YouTube online kommt. Also gerne ein Abo da lassen, wenn ihr mögt. Und ja, einen Daumen nach oben würde mich auch freuen für diesen Vlog. Und ja, bleibt mir nur noch zu sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit und ciao, ciao. Bis zum nächsten Vlog. Macht's gut.